hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir passen weiter unsere stadt versuchen von lösen von problemen wir werden weitere bilden bauen zu brennen 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 wir haben nach wie vor nachfragen illustri hier weiter jetzt wollen sie kriegen überlegen zugverkehr heftig bisschen entspannt kriegen ein knackpunkt ist zum beispiel ich könnte von hier schon abgehen gleich hier über die straße rüber ja das war ein bisschen zu kurz also wieder runter hier 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 Vielen Dank. 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 Andere Frage. Vielen Dank. Das ist zu viel Kreuzung. Wir werden einen neuen Bahnhof bauen. Wir werden einen großen und großen und den entfernen. Verarbeitet werden. Das heißt, ich brauche eine Straße. Wir gucken, wie groß er ist. Also, hier erstmal eine Straße weg. Autobahn. Und... 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 mehr alter verkehr gute entwicklung kleine entlastung die industrie freut sich sie hat wieder das rauscht aber durch hier steht noch alles alles müsste eigentlich zweites gleis parallel verlegen unterirdisch es ist einfach total war schon wieder errichtet man frithof gesundheit das ist ja mal ein saunagant sein auch die Menschen zu reden bin ich ja krank mein Müll ist auch gewaltig fehlt Wasser waren sie auch die haben Züge unterwegs wir fahren keine das kann man natürlich noch einen Hafen schaffen aber da müssen wir mal schauen der Hafen muss ja irgendwie zum Meer gehen da ist nichts zu sehen das eher unwahrscheinlich der Hafen ist eher unwahrscheinlich ich werde keine Schiffe fahren sehen in dem Bereich das ist wahnsinn ja teilweise fahren uns wieder 1060 1 gewonnen schauen und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020